Ah, und jetzt kommt zurück zu Starfield hier weiterhin vom Schlüssel aus. Wir müssen jetzt mit Mattis reden. Der ist, glaube ich, nicht ganz so glücklich darüber, was wir, Delgado, berichtet haben. Wie kommen wir denn am besten zu dem Hinfall hier aus? Steht er aber komplett hier raus, oder? Immer wenn ich Wendel sehe, will ich ihm in die Fresse haben. Ja, mach das. So, ich glaube, der ist nicht ganz so glücklich wie bei uns. Für alle Fälle sollten wir unsere Waffe vielleicht einsatzbereit haben. Ah, Last Nova. Ach stimmt, da waren wir noch gar nicht dran. Das ist diese Bar, gell? Da lassen sich ja mal alle die Köppe zulaufen, volllaufen, wie auch immer. Okay, wir reden gleich mit ihm. Da wir ja noch nie hier waren, muss ich mich erstmal ganz kurz umschauen. Ah, da ist ein bisschen Aurora. Man kann mitnehmen und verkaufen. Ach, warum denn nicht? Findet man bestimmt noch mehr davon hier. So, sag mal, ist die Framerate hier drin irgendwie ein bisschen schlecht? Kann das sein? Wirkt ein bisschen hakelig. Warum denn? Wahrscheinlich, wenn hier draußen so viel noch gerendert wird. Das ist aber schon eine geile Aussicht, ey. Also, so eine Bar oder so? In echt? Irgendwann mal? Man hätte was. In der Flie muss man liefern, sonst ist man geliefert. Oh, nur aber echt die Performance ist nicht so prickelnd hier. Ah, sowas habe ich gesucht. Grand 4. Ein kritischer... Alter, quatschen mich doch nicht alle voll, Mann. Was ist denn mit euch? Boah. Kritische Treffen bei letztischen Waffen beursachen. Da oft 5% mehr, schade, nehme ich mit. Dankeschön. Digitrierte ich nämlich auch mit. Box, Grog, oh. Plus 20 Tragekapazität. Dort wäre mal was für uns. Na, wenn ihr meint. Oh. Was passiert hier? Hast du dich verlaufen, Neuling? Die Bar ist hinten. Die Bar ist doch hier. Willst du was anfangen? Oder was ist hier? Gibt's hier? Chaosautomat? Nein. Mit dir will ich auch nichts anfangen. Ich schaue mich immer nur kurz oben ein bisschen, ne? Na, was darf es sein? Schau mal, Leute. So geht das. Ah, das letzte Interview wahrscheinlich, was uns noch fehlt. Und hier dürfen wir uns wohl auch bedienen. Das ist noch ein Bordcomputer. Oder Barcomputer. Drinks und Ratten. Ein paar Leute der Crew haben sich über die verdünnten Drinks beschwert. Als ob ich was dafür könnte, dass wir so eine Plurre rausschenken. Ist nicht meine Schuld, dass niemand sich ins Zeug legt, um uns ordentlich zu versorgen. Vielleicht sollten sie weniger Zeit in der Bar und mehr in der Auftragsbörse verbringen. Ratten. Naver ist neuerdings nervös. Liegt sicher daran, dass sie für Rake gebürgt hat. Aber sie hat mit Enttäuschung und Erfahrung. Nein, es liegt am Timing. Wir sind aktuell echt dünn besetzt und die ganze Crew weiß das. Vielleicht wird aus diesem Neuling ja was. Aber wenn hier alles weiter den Bach runtergeht, werden die Ratten bald das sinkende Schiff verlassen. Läuft man nicht ganz so prägnet hier bei der Fleet? Warum nur? Ich frag mich. So, wir können es mal das letzte Interview noch anhören. Gut, wechseln wir das Thema. Kein Problem. Wie ist die Crimson Scar zur Crimson Fleet geworden? Nach meinem Ausbruch aus dem Schloss wollte ich die nächste Stufe zünden. Ich hatte den Schlüssel, ein paar UC-Schiffe und ein paar Dutzend Ex-Knackis. Aber ich brauchte noch mehr. Also ließ ich das verbreiten. Und schon kamen bei der Ratten auf allen Winkeln der Bedienung der Zähne zu mir. Und so ist die Crimson Fleet entstanden. Ganz genau. Der Schlüssel wurde zu unserer Operationsbasis. Wir brachten Monate damit zu, die Verteidigungsanlagen zu verbessern. Wie reagierten die UC auf die Situation? Zunächst einmal gab die UC Security auf und ließ die großen Jungs ran. Die UC Navy. Die Navy griff den Schlüssel an. Ich würde sagen, es gab in den letzten Jahren wohl drei große Angriffe. Und wie unschwer an der Tatsache zu erkennen, dass wir jedes Interview führen, waren sie alle Blamagen. Glaubst du, dass diese Blamagen zur Gründung der UC SIS-Dev geführt haben? Oh, definitiv. Sie haben offenbar aufgegeben und die Verantwortung auf eine separate Division abgeschoben. So kann die UC Navy in der öffentlichen Wahrnehmung stolz und stark weiter existieren, während die UC SIS der von allem schuld ist. Das ist reine PR, Gale. So arbeiten die UC. Sie drehen einfach alles immer hin. Widerwärtig, oder? Das klingt ein wenig, als würdest du von den Gräueltaten ablenken wollen, die die Crimson Fleet tagtäglich begibt. Gräueltaten, ja. Und was ist ein Krieg gegen das Freestar Collective um im All schwebende Felsen? Was ist mit tausenden Toten? Während die Schreibtischhengste in ihrem gemütlichen Büro sitzen und Linien auf eine Sternenkarte zeichnen? Vielleicht sollten die United Colonies endlich mal den Bullshit lassen und sich eingestehen, wer die wahren Monster sind. Ja, das war auch schon eins der Interviews, wo er nicht mehr ganz so gut gelaunt war und sich immer mal reingesteigert hat. So, wir haben ein paar Sachen mitgehen lassen hier. Auch die Tipps da drüben. Das Trinkgeld. Naja, ich fühle mich ja gesagt nicht schlecht. Was wird denn hier angebaut? Mhm, mhm, mhm. Mal kleine grüne Pflänzchen. So, Mathis, ich hab gehört, du bist nicht mal ganz so gut gelaunt. Hey, ich will mit dir reden. Wegen dir schmeißt mich Delgado aus der Fliet. Aber weißt du was? Leg dir mal lieber deine eigene Flotte zu. Ich mache nämlich Jagd auf dich. Ach, er darf jetzt Jagd auf uns machen. Wo ich ihn erschießen wollte, ging's nicht. Na toll. Natürlich. Ja, falls du versuchst mich zu erpressen, das wird nicht klappen. Nee, ich versuche bestimmt nicht dir deine sauer verdienten Credits abzuschwatzen. Ich nehme sie mir einfach von deiner qualmenden Leiche. Und jetzt geh mir aus den Augen! Sprich nur das so mit dem Naver. Ja. Ich sorge dafür, dass du das noch bereust. Das schwöre ich. Normalerweise müssen Piraten nicht mit ihren Erfolgen angehen. Aber in Höhe ist das ein Grund. Ah, die Sache ist, ich würde ihn ja hier und jetzt gerne umlegen. Geht wahrscheinlich aber auch immer noch nicht, weil es bestimmt den Auftrag gibt, wo er uns dann irgendwann jagt, natürlich. Ich sag mal so, das ist natürlich sehr hervorhersehbar. Ich meine, er kündigt sich an. Aber naja. Hey, Naver. Da bist du ja. Okay, pass auf. Ich arbeite seit Monaten mit diesem Arschloch Rockhoff auf der Siren of the Stars an einem Ding. Und ich habe nicht vor, mir die Kohle durch die Lappen gehen zu lassen. Also bringst du den Job für mich zu Ende. Ja, wäre nur ganz hilfreich, wenn ich wüsste, wovon du redest. Das will ich dir ja gerade sagen, also hör zu. Rockhoff hat mir gesteckt, dass auf der Siren of the Stars irgendeine dämliche Wohltätigkeitsgala stattfindet. Die verleihen da den sogenannten Erdenretterpreis, der zigtausende von Credits wert ist. Es ist also ganz einfach. Während du auf der Siren bist, um dir den Galbank-Zugangspass zu besorgen, schnappst du dir auch den Preis. Okay, ähm, oh, kleiner Voice-Crack, hallo. Gehen wir mal mit der Antwort, ich finde die ganze ist ganz lustig. Schummeln ist doof, Naver. Du musst dir den Preis fair und ehrlich verdienen. Haha, ich lach mich kaputt. Stell dich doch auf den Tresen und erzähl noch mehr Witze. Die Leute würden dich sicher richtig feiern. Du kannst dir so viele Witze und Ausreden einfallen lassen, wie du willst. Aber wenn du nicht mit dem ER-Preis zurückkommst, ziehe ich dir das vom Soll ab. Ich kriege mein Geld auf jeden Fall. Wie viel du bekommst, liegt allein an dir. Verstanden? Verstanden. Ich beschaffe dir die blöde Trophäe. Dann ist das ja geklärt. Gut. Okay, Neuling, wir sind hier fertig. Ab auf die Siren mit dir, erledige den Job. Okay, äh, warum nennen mich eigentlich immer alle Neuling? Weil du das bist. Du bist neu, unerfahren, Frischfleisch. Unter der ganzen Unerfahrenheit hast du sicher auch einen echten Namen. Aber ganz ehrlich, interessiert keine Sau. Also gewöhn dich an das Wort. Bis du dir deine Sporen verdient hast, bist du für alle in der Flie ein Neuling. Na gut. Tschüss, Neuling. Hey, mit Neuling, wie läuft's denn so? Mhm. Die hat auch zugehört. Hä. So, wir sollen der UC-Bericht erstatten. Ich glaube, die Händler hier haben noch kein weiteres Geld. Aber wir sollten auf jeden Fall das Aurora-Zeug loswerden. Schon da hätte ich euch dran denken sollen, bevor ich da alles mitgehen lasse, dass wir jetzt auch wieder verkaufen müssen hier. Konnte man bei der auch handeln oder hat die einen nur aufgepäppelt? Brauchst du medizinische Hilfe? Klar, was immer die... Könnte klappen. Verkaufen. Hilfe. Jawohl, hier können wir Aurora verkaufen. Ja, es lohnt sich fast nicht mitzunehmen. Das ist gar nicht viel wert. Ich schau mal kurz ins Schiffsinventar. Haben wir hier irgendwas, was gelb aufleuchtet? Irgendwas Problematisches? Ich hoffe nicht. Ich glaube auch nicht. Was war das? Ach, Hellas Cutter. Nee. Könnte der ja alles andrehen. Sehe ich gerade. Nö, das ist gestohlen. Was soll er ans Karten? Brauchen wir die halt noch irgendwie auch nicht, oder? Wer erledigt, glaube ich. Nö, hier brauchen wir nichts mehr. Dann können wir ja ein paar Sachen, ein bisschen Müll verkaufen. Zwei davon haben wir noch 400 übrig. Hier eine Grendel noch. Ich glaube, mehr Kleinigkeiten jetzt raussuchen. Macht keinen Sinn. Irgendwelche Bücher bestimmt. Ach, sowas hier genau. Zack, das kann weg. Nein, die behalten wir. Ja, komm, wir brauchen sich wegen 81 jetzt hier rum tun. Oh, warte, können wir? Warte. Können wir es gucken? Äh, hier Anzüge. Hell, nee, nicht hier, sondern aus dem Schiffsinventar. Anzüge, nee, die sind zu teuer. Ach, falschen Button gewählt. Kleidung. Ich glaube, die Kleidung kostet ja immer relativ wenig. Wir werden zumindest mal davon ein bisschen was los. Zack. Stirb da draußen nicht. So, ein bisschen dran denken, dass wir unser Schiffsinventar auch Stück für Stück ab und zu mal ein bisschen leeren und freihalten. Müssen wir hier eigentlich irgendwas machen? Haben wir da ein Skill für? Ich gucke mal nämlich ganz kurz, ob wir in die Richtung schon irgendwas gemacht haben. Ich glaube nicht, oder? Medizin. Und dann wahrscheinlich, weil man das einmal gemacht hat, muss man hier wahrscheinlich was freischalten am Labor oder was craften. Aber das haben wir alles nicht. Was wir aber, glaube ich, noch craften müssen? Oh, warte mal, das nächste schaue ich jetzt gleich. Sorry. Ich muss nochmal ins Menü. Waffentechnik müssen wir noch? Ja, wir müssen noch zwei Waffen-Mods herstellen. Und Anzugdesign könnte man auch mal irgendwann freischalten. Das ist nämlich auch nicht verkehrt, weil da kann man sich auch gut aufpäppeln mit. Ähm, hier gibt es doch bestimmt irgendwo noch Werkbänke. Gibt alle kein Geld mehr, oder? Ich gucke nochmal. Ja, die haben wir alle leer gemacht, die Händler hier. Wenn nicht mehr Munition brauchen wir ehrlich gesagt aktuell. Das ist auch sehr gut ausgestattet. Jetzt ist nur die Frage, wo waren die Werkbänke? Waren die eventuell hier hinten? Jetzt hier in den Baracken. Also in irgendeiner Ecke waren, glaube ich mal, welche. Aber ich weiß nicht mehr, wo. Aber ich glaube auch hier nicht, oder? Nee. Solange die Fliege an erster Stelle steht, kommen wir kein Problem. Ey, Shooting Range. Waren wir da schon mal drin? Ja, schon mal. Achso, ja. Hier unten ist das Fitnesscenter. Und das kleine, kleine Ding hier oben nennen sie also Shooting Range. Naja. Könnt ihr euch nichts ordentliches leisten, oder was? Ist ja jämmerlich. Das ist eigentlich die aktuelle Aufgabe. Er stattfindet UC Vigilance Bericht. Wir können auch gar nicht was anderes machen. Wir können hier Beweise abgeben und... ...zur UC... ...leg dich lieber nicht mit ihr an. Jeder Captain hier hat für die Fleet Blut gelassen. Ah, hier war die Wehrkopf. Ja, genau. Das habe ich gesucht. So, zwei Waffen-Mods müssen wir machen. Ähm. Ach, hier ist die neue legendäre Pistole. Genau. Können wir in dem Ding was machen? Laser bringt halt absolut gar nichts eigentlich. Die Waffen nur schwerer und... ...den brauchen wir nicht. Das... ...können Startmagazin installieren. Erhöhen Visierzähne und Nachladetempo auf Kosten und Munitionskapazität. Ganz ehrlich. Waffe ist halt leichter. Das ist eigentlich schon ganz gut. Ich überlege einfach irgendeine Waffe kurz aufzupäppeln. Ach, die Nase juckt. Haben wir die schon aufgepäppelt? Ja, die haben wir schon, gell? Äh. Geht wieder nicht. Das war das Problem. Deswegen haben wir hier nicht weitergemacht. Weil wir nichts haben, was wir machen können. Die Magpulse vielleicht. Lauf. Oh, wie schwer die wird. Ach, du Heilige. Ich bin auch kein Fan von. Aber irgendwie müssen wir irgendwas machen. Naja, komm, machen wir den verlängerten Lauf mal drauf. Laser. Ach, geht eh nicht. Mündung. Ich sag ja nur, dass wir das gemacht haben. Wird nur ein bisschen schwerer. Kompensator mit Stabilität und Präzision bei Schüssen aus der Hüfte. Ja, das ist sogar ganz gut. Wir schießen mit der Waffe innen aus der Hüfte eigentlich. Menge, was drohen die denn immer nur so rum? So, da haben wir unsere 5 Waffenmods. Dann können wir das irgendwann bei Zeiten auch mal hochleveln. So, und wir machen uns auf den Weg zu UC Vigilance. Ich tue mal nur zwischenschweichern, falls da noch irgendwas mit illegaler Ware an Bord ist. Aber ich glaube, im Weltall ist das eh wurscht. Karte zeigen. Ich bin gespannt, wann... Äh, da wollte ich nicht hin. Oder müssen wir hin nach Phobos? Wahrscheinlich, oder? Weil... hier das Schiff liegt. Ich bin ja mal gespannt, wann Mathis irgendwann ankommt. Und wenn sie jagen möchte. So, wir docken gleich mal an. Mit einer wunderschönen langen Andock-Sequenz. Jawohl. Plopp. Jawohl, genau so muss das sein. Oh, ich muss hier den Leuten meinem Schiff zuweisen, ne? Fällt mir gerade ein. Wir haben ja nur die halbe Crew an Bord. So, Andrea ist da. Barrett ist... Kann gelandeten Schiffen überall zugewiesen werden? Wir sind nicht gelandet, schätze ich. Okay. Dann zählt das wohl nicht als gelandet. Naja. Das sollten wir bei Zeiten machen, damit wir, ähm... wieder eine volle Mannschaft haben. Vor allem, was auch diese ganzen Waffensysteme betrifft, im Schiff. Ist das bestimmt nicht verkehrt. Angeblich lässt dich die Flietgespenstern nachjagen. Tja. Wenn eines gruseliger als ein Pirat ist. Aha. Okay. Hey, Commander. Du bist... zurück? Und wie lief's? Ja, interessant, ähm... Ich hab die Crimson Street erfolgreich infiltriert. Dieser Plan wird funktionieren. Dann geht es voran. Perfekt. Gute Arbeit, Neuling. Ich wusste, dass wir Delgado überlisten können. Aber Neva... Die ist clever. Sie zu täuschen ist nicht leicht. Hast du schon etwas Berichtenswertes entdeckt? Äh, Delgado sucht ein gelberes Schiff namens Legacy, das mit einem Vermögen an Bord verschollen ist. Legacy. Hm. Warum kommt mir das bekannt vor? Augenblick mal. Soll das etwa heißen, Delgado hat Criggs Vermächtnis entdeckt? Gut möglich, Sir. Wir haben in letzter Zeit einige entsprechende Nachrichten abgefangen. Wir waren davon ausgegangen, dass das ein Märchen ist, um Rekruten anzulocken. Äh, ich glaube langsam ist es wahr. Tja, das kleine Geheimnis können wir in etwa 10 Sekunden lösen. Mal sehen, was wir hier haben. Nö, keine Einträge zu einem Galbank-Transporter namens Legacy in der Datenbank. Ich glaube, Delgado will dich manipulieren. Commander? Ich glaube, es gibt keine Einträge, weil die Galbank etwas versteckt. Delgado ist kein Idiot. Wenn er seinen eigenen Hals riskiert hat, um an diese Infos zu kommen, dann weiß er etwas. Wir müssen das ernst nehmen. Wie geht das jetzt weiter? Soll auch ein Starliner gehen, um einen Zugangspass zum Galbank-Archiv zu stehlen? Clever, Delgado. Sehr clever. Ich an deiner Stelle würde genau das gleiche probieren. Wir müssen verhindern, dass Delgado die vielleicht größte Beute in die Finger bekommt, die die Crimson Fleet je gesehen hat. Vielleicht sollte ich nach New Atlantis fliegen und das Galbank-Management befragen, Sir. Wir müssen die Initiative übernehmen. Nein. Wir lassen die Sache laufen und uns von unserem Agent weiter mit Informationen versorgen. Das genügt vorerst. Es wird nicht reichen, den Transporter zu lokalisieren. Jasper Cricks war clever. Und aus irgendeinem Grund ist er nie dort angekommen. War einfach weiter wie geplant, oder? Das ist absolut entscheidend. Wenn die Crimson Fleet einen Transporter voller Geld in die Hände kriegt, wäre das desaströs für die besiedelten Systeme. Du musst alles tun, um uns weitere Informationen zu beschaffen. Und bring um Himmels Willen auf diesem Starliner niemanden um. Wegtreten. Beide. Nein, umbringen werde ich noch niemanden mehr an meinem Level ab. Jawohl. Neues Level. Dann schauen wir gleich mal. Das hier wollte ich noch weitermachen. Isolation. Genau, wenn du keinen Begleiter und keine Crew hast, verursachst du für jeden... Du für jeden ausgerüsteten Anzug und Helm plus 40% Waffenschaden. Und erhältst du mal 60% Waffenschadensresistenz. So, bam. Das haben wir auf Skill Rang 4. Das ist wirklich ziemlich stark. Und da wir meistens ohne Begleiter unterwegs sind, ist das auch ziemlich gut. So, ähm. Irgendwie müssen wir hier noch Bericht erstatten, ne? Beweislast. Lieutenant Toft. Jetzt müssen wir ganz kurz so einen Hund aus dem Wohnzimmer lassen. Äh, ja. Der Sticker vor der Tür will raus. Bis gleich. So, weiter geht's. Lieutenant, ich hab noch ein paar Infos. Ich hab eine Menge Beweise für dich. Irgendwer Probeweis. Geld oder EP, hoffe ich mal. Also das hier stammt schon mal aus dem Schlossgefängnis auf Suvorov. Unglaublich, dass all diese Märchen über Cricks Vermächtnis nur auf ein Gerücht zurückgehen, das Jasper Cricks im Knast aufschnappte. Das zeigt nur, wie ein winziges Gerücht zu einem riesengroßen Märchen werden kann. Hast du noch mehr? Oh ja, das hier ist aus dem Büro, das Direktor aus dem Schloss auf Suvorov. Unfassbar. Einige der UC-Wächter im Schloss haben den Aufstand also mit angezettelt. Obwohl ihn alle für ein kriminelles Genie halten, brauchte selbst der große Jasper Cricks Hilfe beim Gefängnisausbruch. Hast du noch was? Diesen Beweis zuvor gibt es einen Maulwurf, der Jasmin Durant versorgt. Du hast recht, aber das war unmöglich, nur eine Person. Es ist zu aufwendig, diese Teile zu transportieren. Ich schicke das zum Mass, damit sie es überprüfen. Durant sollte sich ab jetzt lieber anderswo nach Teilen umsehen. War's das? Äh, das ist alles, was ich noch zu Shinja Voss habe. Voss hat es also geschafft, sich direkt mit dem Mainframe des Schlüssels zu verbinden? Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel Ahnung von Computern hat. Wir schicken diese Infos an die Galbank. Hoffentlich können sie so ihre Kryptowährungen besser schützen. Sonst noch etwas? Ähm, ich habe noch etwas über Raidly Jaso herausgefunden. Jaso ist in Wahrheit also... Okay, jeden Namen falsch ausgesprochen. Wir hielten Soto für tot. Zumindest stand das in der Akte. Ich bringe das auf den neuesten Stand. Aber da Jaso mit der Crimson Fleet zu tun hat, können wir da noch nicht viel tun. Weißt du noch mehr? Nee, das war's fürs Erste. Gut, gut. Da draußen wartet noch mehr auf dich. Bleib dran. Mach ich. Wenn noch was ist, sag Bescheid. Jawohl. Wie haben wir das eigentlich bekommen? Schon eine Menge, glaube ich. Oh ja, haben schon ein knappes Viertel von Level 7. 27 geschafft. So, und jetzt... Müssen wir zur Siren of the Stars reisen. Wo liegt die denn? Olympus? Nee, auf Arane. So, wir springen mal dahin. Aber wir können nicht landen, ne? Ja, ich wollte meine Crew noch wieder ins... Leute, wir machen das ganz kurz mit der Crew, wenn wir es einfach gemacht haben. Gibt's hier einen Planeten, wo wir... Reicht es denn auf irgendeinem Planeten landen? Oder muss es einer sein mit Raumhafen? Okay, hier gibt's keinen Planeten, dann... ...jumpen wir mal ganz kurz auf diesen Mond, da ist ja egal. So, Arane, 4B. Genau, die Richtung stimmt. Ist ja nicht weit darüber. So, keine feindlichen Schiffe. Ganz da hinten ist irgendwas Rotes. Unbekanntes Schiff, bereit machen für... Moment, den kenne ich. Er hat auf Altaitou geholfen. Oh. Hier spricht Captain Mayong. Bitte bestätigen. Schön, dich zu sehen. Hast du wieder für Fremde deinen Arsch riskiert, hm? Aber sowas von. Eigentlich wollte ich nur ganz kurz landen. Äh, ja, irgendwie scheinen die Leute sich gern von mir retten zu lassen. Du bist eine der seltsamsten Kreaturen, die ich kenne. Eine echte Anomalie. Muss ich das? Ach, na schön. Private Sai sagt Hi. Keine Nachrichten mehr. Anstand, Marines. Unsere nicht autorisierte Trainingsmission wurde abgesegnet. Leider haben wir Leute verloren, aber Unfälle haben selbst die besten. Äh, was für eine Mission war das denn? Ich hab gar keine Ahnung mehr. War das das, wo wir mit Freestar und UC zusammengearbeitet haben auf dem einen Planeten? Oder war das was anderes? Ich hab echt gesagt, gar keine Ahnung mehr. Die Namen sagen wir noch so ganz entfernt, so ein bisschen was, aber auch nicht wirklich. Ja, sagen wir mal, das war eine verdammte harte Trainingsmission. Das ist eine Ehre, das mit dir durchgestanden zu haben. Ich stehe dazu. Du wärst ein toller Marine. Ich bin verdammt stolz, dich zu kennen. Wir werden in unbekannte Gefilde geschickt. Aber wäre ein Abschiedsgeschenk okay? Ach, natürlich. Na gut, aber vielleicht kreuzen sich unsere Wege irgendwann nochmal. Ein schöner Gedanke. Aber die Galaxie ist groß. Viele gute Leute verdanken dir ihr Leben. Vielleicht können wir uns mal revanchieren. Million Ende. Oh. Und was ist das mit der Waffe 206 Schaden? Was war das jetzt genau? Moment, Moment. Inventar, hallo? Warum darf ich mein Inventar nicht nutzen? Inventar nicht verfügbar, alles klar. Dann ist es, wenn ich war, füge. Wir landen aber mal ganz kurz. Das wollte ich ja eigentlich machen. Mal gucken, ob wir die Crew von hier aus zuweisen können. Oder ob wir da einmal wieder an einen anderen Planeten müssen. Mit irgendeiner Stadt oder sowas. Oder mit Raumhafen, wie auch immer. Wieder mal eine schöne Landesequenz. So, jetzt haben wir das Inventar. Ich muss dann auf jeden Fall... Ah, Moment. Bevor wir überhaupt hier irgendwo hinlaufen. Nehme ich den erstmal nur auf. Da kann man ganz kurz bei diesem Planeten hier mal rausschauen. Aber ich glaube, viel werden wir hier draußen nicht finden. So, da wollte ich hin. Transfer. Ne, halt. Inventar. So, das kann weg. Das kann weg. Was haben wir jetzt bekommen? Das hier. Das ist eine Schrotflinte, oder? Oder so eine Art Schrotflinte. Gewehra steht da. Warte mal. Ist das... Ich rüste das Ding mal aus. Jetzt interessiert es mich. Ähm. Was? Ach, da ändern sich gleich die Werte. Das, was wir ausrüsten... Ach, okay. Das ändert die Werte, sobald man es angelegt hat. Kommt praktisch unsere Boni ins Spiel. Das war blöd, weil man dann Waffen nicht vergleichen möchte. Wir haben 1036 Schuss für das Ding, theoretisch. Die hat auch ein cooles Visier, ehrlich gesagt. Hier gibt es nichts zum Angreifen, ne? Du Freund oder du Feind? Das ist eine Single-Shot-Waffe. Also keine Schrotflinte. Oha. 282 Damage macht die. Leute, ich weiß, was neu in unserem Favoritenrad liegt. Ich muss hier irgendwo mal durchsortieren, ne? Die kann man auf jeden Fall nicht mehr da liegen. Die brauchen wir da nicht auf dem Slot. Und wir brauchen vor allem... Die muss auch nicht so weit hinten liegen eigentlich, ne? Die kommt mal auf die 4. Stimmt, die haben wir auch noch dabei. Die Kiel-Horle mit 108 Schaden. Ja, also die macht immer nur mehr Schaden, wenn wir... Ah, die kriegt auch einen kleinen Bonus. Die Waffen kriegen dann alles einen Bonus. Die kriegt zum Beispiel keine. Diese da wird schlechter. Hä? Okay. Warum wird die Waffe schlechter? Wenn wir es hier ausrüsten. Das ist jetzt auch merkwürdig. Also die hier, die kann... ...irgendwo anders hin. Welche haben wir jetzt nicht mehr ausgerüstet? Diese hier. Aber die brauchen wir, ich sag, auch nicht wirklich. Also nicht mehr. Die war mal gut, aber die ist mittlerweile... ...und auch noch eine Standardwaffe. Macht jetzt nicht viel Schaden. So, wir haben jetzt die Waffen sortiert. Eins, zwei, die hier. Drei, vier... ...fünf... ...sechs... ...sieben die. Ach, und acht die. Ja, ich finde die Sortierung macht wenig Sinn irgendwie. Ne, ich muss immer anders sortieren. Moment, Moment. Die Scharfschützenwachen kommen... ...äh, Wachen? Warum verspreche ich mich heute nicht so oft? Also die Scharfschützenwaffen kommen mal nach ganz hinten. Auf die sieben. Ach ja, und auf die sechs würde Sinn machen. Dann kommt die hier auf die acht. Die Schmerzklinge ganz nach hinten. Man nutzen wir am seltensten. Die hier kommt mal auf die drei. Das ist meine andere Lieblingswaffe. Diese hier kommt auf die vier. Oder nee, legen wir mal... Nee, warte mal. Legen wir die... ...auf die zwei. So. Dann kommt... ...die würde ich ja auch gerne eigentlich nutzen. Aber ich glaube, die ist halt nicht besser wie unsere... ...Regulator. Ich meine, die macht halt deutlich mehr Damage. Klar, die ist legendär. Hat einen Haufen Werte drauf. Aber das war es halt auch. Also diese hier kommt auf die sechs. Und wo ist jetzt die andere Waffe wieder? Ich glaube, die Namen aber nie merken. Sie müssen mal wieder alle anschauen. So, diese hier kommt auf die vier. Dann haben wir das Schrotflintenähnliche. Und was weiß ich. Haben wir dann hier auf der vier und fünf. Pistole ist auf der eins. Dann die zwei... Ja, ich nenne sie mal normalen Gewehre. Und das, was eher in Richtung Scharfflitzen-Sachen geht... ...haben wir hinten liegen. Okay, wir haben nur... Oh, wir haben nur drei Ressourcen, die wir hier scannen müssen. Da ist Helium. Da haben wir schon zwei. Dann noch den Rohstoff Eisen. Dann sind wir... ...kirchen kurz ein paar Analyse-Daten geschenkt. Das ist doch super. So Eisen. Hallo. Zack. Dann haben wir jetzt das mitgenommen hier. War die Zeit nicht ganz vergeudet hier unten. Das sieht nach irgendeinem Außenposten aus, den man einnehmen könnte. Ich möchte mal nur kurz vorbeischauen. Sind da Feinde? Ich möchte die Waffe einmal austesten noch. Ja, dem hier großes Ding ist, nehmen wir halt das in der nächsten Folge ein oder auch nicht. Ich möchte hier nur mal gucken. Aber da sind doch bestimmt Feinde unterwegs. Sind es doch fast immer auf solchen Stationen. Ich sehe noch keine Bewegung. Das Ganner sieht auch noch keine Personen. Ich hoffe mal, liegen nicht wieder irgendwelche Minen rum. Wir haben hier einiges nachgeladen. Ach, da hinten sind Leute. Seid ihr friendly? Wir hätten nur blau angezeigt, aber keine Ahnung, was welche das sind. Ah, verlassene Ecliptik-Garnison. Okay. Dann für alle Fälle mal kurz zwischenspeichern. Soll eigentlich nichts passieren hier, aber... Ah, da ist ein Roboter. Okay. Warte mal. Die hat ein Thermo-Visier oder wie auch immer das heißt. Mit Wärmebild. Warte mal. Warte, warte, warte. Wie heißt das? Was hat die für ein Ding drauf? Äh. Da. Aufklärungszielfernrohr. Das markiert die also dann, wenn wir die einmal getrackt haben oder wie? Ach, du heilige. Wie geil. Oh, die one-shottet einfach alles hier. Alter, die Waffe ist ein Traum. Und wir haben so viel Munition dafür. Wo ist denn der Rest? Wo seid ihr noch? Ne? Ach, da. Ach, der Schuss war irgendwie daneben. So, da oben. Ah, da ist einer. Ohohohohoho. Junge ist das eine Waffe. Alter Schwede. Die mit mehr... Äh... Munition. Absoluter Traum. Also, die würde ich gerne, so gut es geht, modifizieren. Was? Wo? Bums. Und weg. Okay, das war gut, dass wir bei diesem Planeten nachgeschaut haben. Und das Gute ist, wir haben immer noch nicht gemacht, was wir eigentlich machen wollten. Und zwar gucken wegen der Crew, ob wir die hier zuweisen können ganz schnell. Das machen wir jetzt noch. Ah ja, jetzt geht es wieder so. Barrett kommt einmal mit dazu. Sam Coe kommt mit dazu. Wegen seinem Logistik-Skill vor allem. Und ich weiß nicht, was der Fliegen-Skill bringt. Das muss ich mal nachschauen. Äh... Sarah ist im Schiff. Daria ist eigentlich auch da. Ach, mein Schiff ist mit dem Schuf ist erreicht. Aber die ist im Schiff. Also eins, zwei, drei. Und Sarah zählt nicht. Genau, passt. Perfekt. Gut. Dann würde ich mal sagen, mit dieser wunderschönen neuen Waffe. Verabschieden wir aus dieser Folge. Und in der nächsten Folge looten wir hier den Außenposten. Und reisen dann, denke ich, auch mal zeitnah zum Galbang-Schiff. Und ja, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüss.